So und herzlich Willkommen wieder zu einer neuen Ausnahme von Let's Plip Minecraft und der schöne Sonnenuntergang sehen wir und was gibt es denn heute mal, wie es aufgehend ich lege mich erstmal schlafen und was könnten wir denn heute mal machen, in der letzten ja, die Aufnahme haben wir ja unten ein bisschen Höhle gemacht und was machst du hier? und gestorben ist noch jemand der sich nichts wusste nein 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 gleich lang im Zurück das hat damals die schöne Landschaft in den Samtgeräte äh Samtgeräte äh Samtgeräte passt ja auch zu so aber da können wir ja schon durch den Eingang ähm wo er uns ja schon mal in die Arbeit aufgenommen hat so 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 wenn ich jetzt rein Da, Baum. Baum, Baum, Baum. Weißt du, was mich in letzter Zeit übel aufregt? Dass alle irgendwie so von Ja, iPhone 5 und Super und... Die Frage ist, was kann das denn, Leute? Es hat einen besseren Prozessor. Aber es gab ja auch toll, es hat einen größeren Bildschirm. Es hat nichts überragend Neues. Okay, es gibt nicht viel Neues, was es geben könnte, was das iPhone 5 haben könnte. Aber es ist trotzdem ein bisschen... Es sollte ja neu, ja, bei Kopfhörer, die kann man sich auch so kaufen. Da muss man nicht sofort das neue iPhone 5 kaufen. Also... Es ist bisschen... ...so... ...diese Neuerung und... ...es alles... Es werden sowieso wieder tausend Leute es kaufen, nur weil es Apple ist oder iPhone. ...und so ein bisschen mehr und... ...aber... ...was im Grunde ist, ja, hm... ...es kann was, was andere nicht können. Äh... Äh... ...da sehe ich grad nicht so viel... ...was... ...kann, was andere nicht können. Ja, Apple hat eigentlich ja nur die Standardvoraussetzungen auch fürs iPhone... ...äh... ...der Zube... ...Platz. Also... ...Samsung hat einen großen Bildschirm, also mit dem Galaxy... ...und so... ...hat einen guten Prozessor und... ...und so... ...was ist da was? Ja... ...woah, sofort! Ist das denn ein Dungeon? Ein Dungeon! Geil! Wie geil ist das denn? Uppsala! Fuck! Soweit wir haben ja noch nie Dungeon gesehen... ...also doch schon mal ein Dungeoner Oberfläche, aber... ...was haben wir denn da als ein... ...Strings... ...Haddles... ...Stand Powder... ...Redstone! Wie geil! Ich denke das... ...der Ort hier... ...bietet sich sehr schön für eine... ...äh... ...Monsterfalle an, weil es so weit oben ist... ...können wir so eine Fall-Monsterfalle bauen... ...also wo die Monster so... ...23... ...also eine XP-Farm haben... ...ohne die nach oben schütten zu müssen... ...das ist ja heute unser Glückstag... ...ich kann das denn sein... ...naja... ...ich holzen wir jetzt den Dschungel ab... ...ich schaust auf Greenpeace und so... ...aber... ...naja... ...die... ...die... ...okay... ...also der iPod... ...der iPod von... ...Dings... ...der neue... ...der... ...iPod Touch soll ja auch wieder in 20 Millionen haben... ...kommen... ...also wieder ein alter Nano... ...also der ganz... ...ja... ...wieder nach Nano halt... ...naja... ...wahrscheinlich werden es wieder... ...viele... ...hielspiel kaufen... ...naja... ...aber... ...das gleich ist eigentlich auch mit dem... ...äh... ...mit Windows 8... ...ja... ...Werkauf... ...ist doch... ...für'n PC ist das doch übelst... ...wenn ich's mal sagen kann... ...äh... ...schuld... ...hier war... ...der... ...Dungeons... ...dusichts... ...hiel... ... infant...? ...ACH... ...schon... ...wieder! Die Spots habt ihr ausgelöscht... ...aahhh... Warte mal zurück! Upsala! Oh... ...mein Gott... ...Obs, voltar... ...Sieg... ...ekry密... Das hat ein bisschen gerade gestört. Das sieht jetzt noch tausendmal mehr aus. Ich kenne Facken mehr. Das gibt's hier noch weiß. Kohle. Höhle. Petenbaum. Naja. Erforschen können wir später. Jedenfalls mit dem Windows 8. Das ist doch eigentlich nur so ein Smartphone. Also für so Tablets und so einen ganzen Teil. Das kann es ja vielleicht gut sein, aber für keinen Laptop oder Desktop. Das sieht doch übelst Mist aus. Grafik Park. Ja. 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 Hier kann ich. Ich hab ja gar keinen. Das wackeln. Jetzt hab ich Fackeln. Also hier kann ich nicht fahren. Hier. 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 Der Rest ist da. Ich hab nur auf 90, so. Naja. Jedenfalls, Windows 8 ist doch kein portiertes Betriebssystem, also von der GUI, also von das, was man sieht, ja. Ist doch kein für Desktop-PCs und so. Das sind auch die Hauptabnehmer von Windows. Weil die Windows-Phones und sie doch, oder Tablets, irgendwie so eine kleine Branche ab. Windows nimmt doch 3 Viertel, sagen wir mal 90 Prozent eigentlich nur durch PCs und sowas ein. Deswegen wundert es mich ein bisschen, warum die gerade ausgerechnet Windows 8 war so komisch gemacht. Jetzt haben wir ein bisschen anders gesammelt, der Dschungel richtet sich auch ein bisschen. Aber das sind die Summoners zusammen. Schön. Unsere Impel können wir auch mal der Schöne aussehen. Schön aussehende. Genau, und jetzt gibt es noch. Wie haben wir denn alles bekommen? Wie sieht das gut aus? Wie sieht das gut aus? Wird noch nicht so. Das haben wir so auf die Hälfte, glaube ich. Also so. So halt. Ja, hm. Oh. Oh. Oh, ich bin fast. Ich bin fast. Ich bin fast. Oh.